Okay, ich mach nochmal. Ah, ist das nicht schön. The sun is shining, auch in Germany. Trotzdem wären wir lieber noch in Griechenland, oder? Ja, genau. Also darum geht es auch in diesem heutigen Video. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht um Griechenland. Wir wollten mal so einen kleinen Abriss euch geben, was wir so erlebt haben. Das wird halt ein sogenanntes Laber-Video. Da wird jetzt auch von meiner Seite auch nichts mehr eingeblendet. Irgendwelche Strände, Hotels, bestimmte Stellplätze etc. Sondern schaut euch bitte die vorangegangenen Videos an. Da haben wir Sakinshaus, unseren Campingplatz. Natürlich unsere Bikes, wo wir überall hingeradelt sind. Die Strände etc. haben wir hier alles gezeigt. Olympia, Athen, Akropolis, ganz wichtig. Ja, vielleicht fragen wir mal damit an, wie wir eigentlich diesen Urlaub geplant hatten und was dann daraus geworden ist. Also insgesamt wisst ihr ja, dass wir noch gar nicht so lange Camper sind. Und im Grunde auch immer den Vorsatz hatten, wir möchten eigentlich möglichst viel autark stehen. Und gar nicht, weil wir so überhaupt nicht die Campingplatz-Menschen sind. So gar nicht. Und ja, natürlich in den ersten Gehversuchen traut man sich das noch nicht ganz. Es gibt ja auch Länder, die das absolut verbieten. Wir waren dann auch schon mal in der Schweiz. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen an das Campingplatz-Ding jetzt glaube ich in den ersten Ausflügen auch Holland schon gewöhnt. So, dass wir dann auch in Griechenland direkt einen Campingplatz angesteuert haben und natürlich uns vorher informiert haben, auch von einem YouTuber. Und wir müssen tatsächlich sagen, dass wir vorhatten, diesen Urlaub zu splitten in zwei Aufenthalte. Einmal eben in der Penelope und dann natürlich auch noch mal in Levkada. Da wollten wir auch noch mal hin. Richtig, ja. Ja, und weil uns der Campingplatz und das Ganze drumherum und alles, was wir da erleben konnten, so gut gefallen hat, haben wir den zweiten Teil dann einfach sausen lassen und sind dort geblieben. Ja, und tatsächlich 18 Tage auf einem und demselben Campingplatz. So völlig atypisch gegen alles, was wir jemals vorhatten. Aber wir waren natürlich viel unterwegs. Ferry hat es gesagt, wir hatten viele Videos. Wir waren zweimal auf der gegenüberliegenden Insel Sarkintos. Das war traumhaft schön. Ihr könnt die Videos anschauen. Der Campingplatz ist toll gewesen, sehr vielseitig. Wir konnten eben auch mal an den Pool gehen, was man normalerweise auf dem Campingplatz jetzt vielleicht auch nicht so macht. Ja, also einmal der Ionion Campingplatz und einmal der Ionion Spar, das Ionion Spar-Hotel. Gelegt gerade nebeneinander. Man kann beide Pools im Übrigen benutzen. Also beides wirklich top geführt. Wir können das ja überhaupt nicht beschweren, weder vom Stellplatzbetreiber noch von dem Hotelbetreiber, Sparbetreiber etc. Da waren wir nämlich jedes Mal, wenn wir am Pool saßen zum Beispiel, wenn ihr da welche Aufnahmen gesehen habt auf Insta oder jetzt auf YouTube auch. Dann waren wir immer im Hotel, im Spar-Hotel. Da haben wir auch gegessen abends dann auch immer. Super tolles Personal. Also ich liebe diesen Menschen, wie eine Familie, wie eine große Familie. Beim Campingplatzbetreiber, auch beim Jorgo wollen wir uns herzlich bedanken. Er hat alle unsere Wünsche erfüllt. Also wollten wir ein Taxi, wollten wir Mietwagen, Mietfahrzeug. Hat das alles geklappt? Meiner Meinung nach war aber, dafür kann Jorgo nichts, die Mietfahrzeuge etwas zu teuer. Ja, meiner Meinung nach. Und da gab es das eine Modell da, der war ganz gut für ringsherum. Das war da dieser Chevy, wo die Klimalage übrigens top war. Aber ansonsten für andere Ausflüge, wenn es jetzt hoch ging oder so, das war schon, auch Peloponnesis bergig. Das war schon, da war zu wenig PS unter der Haube. Gut, insgesamt sind wir dann aber auch über diesen... Aber Jorgo, alles richtig gemacht. Insgesamt sind wir dann aber auch über diesen Umstand dahin gekommen, dass wir festgestellt haben, wenn wir uns bewegen wollen und an einer Stelle bleiben, dann sind die E-Bikes super für den nahen Umkreis. Das haben wir auch sehr, sehr viel genutzt und sehr viel gemacht. Wir lieben unsere Super 73 Bikes. Es war unglaublich cool, solche Steigungen ohne Probleme hochzuradeln. Das war wirklich cool. Aber wir hatten zum Beispiel auch vor, dann auf die gegenüberliegende Insel Sarkintos mit den Rädern zu fahren. Also mit der Fähre natürlich und den Rädern. Da hätten aber die Akkus nicht gereicht. Und das ist dann so ein Ding, wo man sich natürlich überlegt, wie macht man das denn jetzt noch? Weil man hat ja kein Auto dabei, man will nicht mit dem Camper fahren. Und irgendwie braucht man dann noch so eine Zwischenlösung. Irgendetwas, wo wir auch noch nicht wirklich dahinter gekommen sind oder wo wir noch in der Überlegungsphase sind, wie man das Thema denn noch mit hinkriegt. Denn unsere Illusion zu sagen, wir machen so alles mit dem E-Bike, die ist da auch relativ schnell an Akta gelegt worden, weil alles geht halt nicht. Ja, kommt drauf an. Also der Hafen vom Campingplatz aus ist halt knappe 25 Kilometer. Wir haben eine Reichweite bei den E-Bikes von 60 bis 70 Kilometer. Es gibt aber auch ein Modell, das habe ich ja zum Beispiel hier in Frankfurt gelassen, das RX von Super 76. Mit dem schaffst du locker 120 Kilometer. So Pi mal Daumen, kommt aufs Gewicht an und auf das Gepäck. Sollte man einen Gepäckträger haben. Also wir sind mit dem Bike super gut klargekommen, wie gesagt, aber bis zum Hafen und dann nochmal rüber. Du musst sie dann auch laden, die Akkus nochmals, wenn du dann auf der Insel die vollen 60, 70 Kilometer ausnutzen möchtest. Da hätten wir näher am Hafen parken müssen. Und das ist auch das Thema, was wir ja mit dem Teilintegrierten halt haben. Was wir bei dem Kastenwagen, wir haben ja beides vorher auch getestet, bevor wir uns hier für Günni entschieden haben. Beziehungsweise wir haben ja auch noch einen Kastenwagen, wir haben ja zwei Fahrzeuge gekauft. Also steht das noch aus, welcher genau es werden wird. Aber Günni ist halt da ein bisschen, obwohl wir haben ganz zwei liebe Instagramer kennengelernt. Ja, Becky und Basti, hallo. Ja, mehr verraten wir aber nicht. Vielleicht wollen sie ja nicht, dass wir zu viel, weil das sind Instagramer, YouTube ist noch nicht so ganz geheuer. Deshalb, aber lieben Gruß geht raus. Die zum Beispiel standen oder stehen sehr viel wild mit ihrem Teilintegrierten Bürstner auf Ducato-Basis. Also richtig tolles Gefährt auch im Übrigen. Also wir haben uns das am letzten Tag. Da waren wir nochmal drin, haben uns das angeguckt. Wir haben sie leider erst relativ knapp vor Abfahrt kennengelernt, die Becky und den Basti, so vier, fünf Tage. Haben dann aber relativ viel Zeit miteinander verbracht, weil das irgendwie gleich funktioniert hat zwischen uns. Und dann hat sie sich aber irgendwie nie ergeben. Ja genau, wir waren essen zusammen, wir waren trinken zusammen, wir waren am Pool zusammen. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, und dann haben wir uns eben auch natürlich auch gegenseitig, guckt man dann mal in die Wohnmobile rein, so wie das eben auch ist auf dem Campingplatz. Und der hat uns auch sehr gut gefallen. Der war richtig toll, der Bürstner, richtig schönes Auto. Der Bürstner, richtig hochwertig, 2019er Baureihe. Also der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ist genauso groß wie unser Günni hier, aber von der Raumaufteilung komplett anders. Das mag dem auch geschuldet sein, dass der Ducato etwas breiter ist, aber das kann bei dem Teilintegrierten bei der Kabine eigentlich nicht so viel ausmachen. Weil unser MAN ist etwas dünner, ist ja VW Kraft, der ist ja nichts anderes, ist ja beides das Gleiche. Und der ist halt ein bisschen schmaler. Ich weiß es nicht, aber der hat uns schon sehr, sehr gut gefallen, der Bürstner von den beiden. Ja, und was du ja eigentlich sagen wolltest, ist, dass das ein typisches Beispiel dafür ist, dass die beiden auch autark stehen. Wo wir ja eigentlich immer denken, das geht gar nicht mit so einem Teil. Wir haben ja auch noch nicht mal die fetten Reifen, wie wir jetzt hier zum Beispiel. Genau, wir haben die ganz normalen Reifen, aber was unser Ding, glaube ich, eher ist, ist, wir wollen ja auch in Städte und in kleinere Ortschaften. Und da macht die Breite natürlich schon was aus. Also wir sind immer noch in der Entscheidungsphase und in der Findungsphase, welcher von beiden wird es jetzt. Der Kastenwagen ist ja noch nicht da. Insofern haben wir natürlich Günni. Man wird auch mit so einem Gefährt vertraut. Man mag ihn. Man ist einfach irgendwann so emotional verbunden auch, dass es, glaube ich, auch sehr schwer wird, dann irgendwann zu sagen, jetzt trennen wir uns doch. Wir wissen es noch nicht. Wir haben die Entscheidung noch nicht zu 150 Prozent getroffen. Aber die, ich sage mal, die Tendenz ist nach wie vor Richtung Kastenwagen. Ja. Das müssen wir auch klar sagen, ja. Eher Kastenwagen. Eher Kastenwagen, so. Und das sind eben die Gründe dafür. Obwohl wir immer noch hin und her gerissen sind, weil Günni ist uns wirklich ans Herz gewachsen. Es ist ein tolles Auto. Der Knaus, M-A-N-Van-Ti-Van-Sation. Boah, ist ein langer Name. Also und jetzt auch hier mit den Felgen, mit den Reifen. Nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl. Nochmals zu dem Guten davor. Und ja, er hat uns auch nie im Stichglanz gut. Der hat jetzt auch knapp 13.000 Kilometer erst drauf. Das wäre ja noch schöner, wenn er da irgendeinen Motorschaden hätte oder so. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück auf Griechenland. Zu Griechenland, wie gesagt, Campingplatz, Hotel, Spa. War alles wirklich top. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Können wir einfach nur empfehlen. Ich werde es auch in die Beschreibung unten mal verlinken. Sowohl das Sparhotel, was wir wirklich nur empfehlen können. Da heißt es aber frühzeitig Zimmer buchen, weil er war gnadenlos ausgebucht. Ich verstehe auch, warum er das ist. Und beim Campingplatzbetreiber ist es so, natürlich könnt ihr da reservieren beim Jorgo. Der hat immer ein offenes Ohr für euch. Aber ihr könnt da natürlich auch einfach so spontan hinfahren. Vor allem ganzjährig. Der hat ganzjährig auch. Genau, ganzjährig, ganz wichtig, genau. Der hat natürlich auch, wir haben auch von YouTube übrigens diesen Campingplatz gesehen, von einem Paar, das dort im Januar oder Februar, glaube ich, gewesen ist. Und dort komplett alleine war. Aber der hat trotzdem auf. Also ich weiß, dass der Minimarkt hat dann wohl nicht auf. Es gibt dort auch einen Supermarkt. Und ich weiß nicht, ob die Tavernen aufhaben. Aber der Platz ist immer offen, sodass man sich wirklich ganzjährig da hinstellen kann. Super faire Preise, muss man auch sagen. Und super toll in Schuss gehalten, tolle Sanitäranlagen. Also wirklich, da wird jeden Tag, auch der Rasen, die Palmen. Also wirklich, wir haben sowas. Bis auf die Schweiz, muss ich sagen. Gut, Nordberg ist jetzt auch nicht schlecht gewesen. Das ist anders, ist einfach anders. Also wir hatten bisher immer Glück mit unseren Stellplätzen, bis auf München. Aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten hatten wir immer sehr viel Glück mit unseren Stellplätzen, Betreibern etc. Also wirklich. Und das ist auch ein familiengeführtes Unternehmen, genauso auch wie das Sparhotel. Also beides ist einfach top. Und wir mögen beide Familien sehr und waren alle sehr herzlich zu uns. Super faire Preise, wie gesagt, finden wir. Ja, wenn man es mit dem vergleicht, was wir sonst kennen. Genau, richtig. Also soviel zu diesem Thema jetzt. Und dann, was gab es noch? Wir hatten ja einige Highlights. Ja, vielleicht sag du mal, was ist deine zwei Highlights? Vielleicht habe ich ja andere oder es sind die gleichen? Also Highlight Nummer eins, ganz klar, ist für mich die Akropolis. Nicht unbedingt die Stadt Athen als solches, die eher nicht, aber Akropolis. Das ist Parthenon, auch ein bisschen das Museum. Das müssen wir aber nochmal besuchen, wenn da ein bisschen weniger los ist. Weil unser Thema ist immer, wenn es irgendwo, vielleicht auch, oder vielen Menschen geht so, wenn es so voll ist, da haben wir irgendwann keinen Bock mehr. Und dann ist es ein bisschen zu schnell, das Ganze. Was wir dann abfrühstücken wollen. Also wie gesagt, ganz wichtig, klares Highlight Nummer eins ist für mich die Akropolis, das ist Parthenon. Das war ein magischer Ort für mich. Ich habe schon einige Orte in meinem Leben gesehen. Aber das Akropolis, das hat auch daran nichts zu tun, dass ich jetzt Grieche bin. Sondern es ist wirklich so, die Akropolis hat mich einfach umgehauen. Und ein zweites Highlight, natürlich ganz klar, sag ich jetzt, die Insel, die ist einfach wunderschön. Ob an Land oder außen rum gesegelt hier. Einfach nur super schön und hat uns super gut gefallen. Also mir, natürlich uns auch, aber das sind meine zwei Highlights. Ja, jetzt nimmst du mir den Wind ein bisschen aus den Segeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es sind tatsächlich auch meine zwei Highlights, auch genau in der Reihenfolge. Ich bin keine Griechin, aber ich bin da hochgegangen. Akropolis ist ja der Berg, das, worauf das Parthenon dann einfach steht. Und ich habe gedacht, das erschlägt mich. Also das war so beeindruckend, trotz der vielen Menschen, dass man einfach auch wie in so einer Starre erst mal war. Und man hat das ja schon tausendmal im Fernsehen gesehen und sonst wo. Aber man kann sich nicht vorstellen, was da für ein Gefühl herrscht, wenn man da hochgeht. Insofern war das auch meine Nummer eins. Und Sarkintos, ja, das ist, glaube ich, wenn ich das mal so zurückblickend sagen darf, ich war schon auf ein paar Inseln, die schönste, auf der ich jemals war. Und vor allem, die ich jemals mit einem Schiff umkreist habe. Das war auch unglaublich toll, weil man die Stellen, die man mit einem Schiff sieht, ja von Land aus gar nicht sehen kann. Und das war sehr beeindruckend, sehr toll. Das Wasser war super, das Meer. Einziges Manko, haben wir aber auch schon ein paar Mal gesagt, die vielen Menschen. Dann darf man aber auch nicht in der Hochsaison fahren. Das haben wir getan. Insofern muss man den Drops dann dutschen, wenn man das tut. Und man hat ja die Möglichkeit, zu vielen anderen Jahreszeiten zu fahren, wo sehr viel weniger los ist. Und ich glaube, dann hätten wir das nochmal anders genossen. Ja, aber wie gesagt, Entscheidung getroffen, da muss man da durch. Ansonsten auch Olympia. Auch Olympia war toll, genau. Das Museum da auch, sehr sehenswert. Da solltet ihr beides wirklich machen. Einmal Olympia, die Städte und einmal auch unbedingt das Museum. Beides. Aber hatten wir auch in unserem Video schon gesagt. Erst das Museum, dann Olympia. Nehmt euch viel Wasser mit, kauft nichts vor Ort. Da gibt es nur einen und der verlangt Buchabreise. Ansonsten, ja, die Strände, das Essen, alles war top. Also ich habe kein einziges negatives. Ne, negative Erlebnisse hatten wir überhaupt nicht. Weder mit dem Essen noch, auch das ist natürlich klar. Auch das Menschliche war super. Geht man in eine Taverne, die nicht, sag ich mal, touristisch ausgelegt ist und wo die Mama und der Papa noch am Herd stehen, ist es natürlich nochmal ein anderes Niveau an Essen, wenn man wirklich griechisch essen will. Preisniveau, ja, also ich kann das ja einfach mal so sagen, wir haben da teilweise für zwei Personen mit 40 Euro gegessen und getrunken. Also Wein, normale Getränke, mehrere Gänge, Vorspeisen, Gemüse, Patates, alles, was sie halt machen, die Griechen, und sind mit 40 Euro da vom Hof. Ja, das passiert halt, wenn man in eine griechische Taverne geht, die nicht für Touristen gemacht ist. Geht man in die für Touristen, bekommt man auch sehr gutes Essen. Das ist aber natürlich dann auch oftmals der doppelte Preis einfach, ja. Das kann man so sagen, aber es ist trotzdem gut. Man muss sich eben entscheiden, was man da will. Ich glaube, wir haben die Erfahrung gemacht, und das würde ich auch jedem so weitergeben, fahrt auch mal in die Nebenstraßen, fahrt, geht mal vom Weg ab, das haben wir auch mehrfach gemacht. Mit den Bikes aber. Mit den Bikes, dass man mal abseits der ganzen anderen Geschichten fährt. Was man da sieht und was man da erlebt, das ist einfach schön. Weil die Wege sind lang in Griechenland. In Griechenland brauchst du entweder ein Auto oder ein Motorrad. Mit dem Fahrrad kommst du nicht viel weit, weil durch die Hitze, aber mit dem E-Bike überhaupt kein Thema. Dann schaffst du jede Steigung, alles ist super, macht riesig viel Spaß. Klar, haben es die Griechen ein bisschen komisch angeguckt, einige, die uns überholt haben. Weil sie nicht wussten, dass das E-Bikes sind. Ja, genau, genau darum ging es halt. Die dachten sich, oh Gott, die fahren hier um 13 Uhr, mein Gott, doofe Touris mal wieder, kriegen noch einen, naja, einen Sonnstich. Oder einen Hitzenschlag, genau. Aber nee, war alles gut und auch die Strände, Peloponnes ist wunderschön, die Halbinsel. Was uns aufgefallen ist natürlich, wenn er die Autobahn benutzt in Griechenland, alle paar Kilometer Maut stellen. Das geht ein bisschen ins Geld. Deshalb haben wir auch nicht so viele Fahrzeuge gesehen von Einheimischen, weil die einfach die normalen Bundesstraßen benutzen. Aber wenn du jetzt schnell vorankommen willst, sind diese Straßen einfach top. Also wenn du wirklich vom Norden nach Süden, vom Westen nach Osten die Autobahn nimmst, dann kannst du davon ausgehen, dass sie verlangt zwar Geld dafür, aber dann ist auch die Autobahn dementsprechend wirklich super in Schuss gehalten, meiner Meinung nach. Ja, also auf jeden Fall war die griechische Autobahn mit die beste, über die wir gefahren sind. Also ein paar andere Landesgrenzen, die wir überschritten haben, da sahen die Autobahnen weniger gut aus und die nehmen auch Maut. Aber kann man, ja. Also Nordmazedonien war so ein Highlight, leider auch Kroatien. Da war auch die Straßen nicht so gut, Nordmazedonien, obwohl da haben sie es jetzt, 2017 war das letzte Mal mit dem Auto in Griechenland. Da war es noch ein bisschen schlimmer, jetzt haben sie wirklich auch was getan, also so ist es nicht. Was leider in Griechenland nach der Grenze nicht gemacht worden ist, von der Landesgrenze Griechenland bis zu Saloniki fast schon, ist die Straße Schrott. Da haben sie gar nichts gemacht. Da hast du Löcher ohne Ende und da musst du auch dementsprechend fahren. Und wenn du dann reinfährst und dann erstmal mit dem griechischen Überholmanöver noch nicht so konform, ich meine, ich hätte sie vorher gekannt, Tanja hat sich ein bisschen erschreckt. Weil dann hat auf einmal ein Busfahrer ein Lkw überholt und die sind ja ein bisschen breit, die Jungs. Aber Gott sei Dank ist die Straße auch entsprechend breit. Du musst halt dann den Standstreifen noch nehmen und etwas weiter rechts fahren und dann ist auch gut. Also in Griechenland, finde ich, fahren die Menschen viel entspannter, auch wenn sie links und rechts ein bisschen gehubt wird, so gut wie gar nicht. Also hupen haben wir gar nicht gehört und auch in Athen zum Beispiel nicht, wo wir reingefahren sind, das war wie gesagt auch so ein Highlight. Das war vielleicht ein bisschen negativ, aber so fahren die halt da. Der große Verkehr meinst du, ja gut, aber das ist ja nun mal so. Ja, der große Verkehr beziehungsweise wie sie fahren, links und rechts, da haben sie so ihre eigene Logik. Aber da gewöhnt man sich ganz schön. Das hatte ich in Paris damals auch, als ich zum allerersten Mal vor 20 Jahren nach Paris gefahren bin, mit dem Auto da rein. Und dann dachte ich auch, scheiße, wo bin ich denn hier geraten? Noch als Fahranfänger. Aber lässt sich alles lösen. Also es war gut. Das nur am Rande, das sind Kleinigkeiten, die kennt man aber auch aus anderen Städten und da seid ihr anderen ja sicher auch im Laufe einer Fahrzeit so, dass man sowas eben öfter mal erlebt. Genau, richtig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man links fährt auf der Autobahn, das wesentlich besser ist, weil rechts fahren ja immer die LKWs und die machen die Schlaglöcher. Die linken Spuren waren meistens besser. Kleiner Tipp am Rande. Genau. Ja, ansonsten guckt euch die Videos an. Wir haben ganz viel ja schon gemacht. Dort seht ihr die Bilder dazu. Das war einfach so ein bisschen unser Fazit, wie es uns gefallen hat. Wir werden definitiv spätestens nächstes Jahr wieder nach Griechenland fahren, aber wir gucken uns natürlich in der Zwischenzeit auch noch andere Länder an. Wir haben noch ein paar Pläne für die nächsten Monate. Genau, noch eins darf ich nicht vergessen. Wenn ihr über Landfahrt, also über die Transitstrecke Jugoslawien, sage ich jetzt mal, übergeordnet für alle Länder da, jetzt nicht böse nehmen. Da solltet ihr ein bisschen Zeit einplanen. Wenn ihr in der Hochsaison fährt, also die Grenzen Kroatien, Serbien oder Serbien, Nordmazedonien, da müsst ihr ein bisschen mit Zeit einplanen. Das war bei uns sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt. Hat es ein bisschen gedauert. Das nervt halt, wenn du da zwei, drei Stunden stehst. Die Jungs machen aber alle ihre Arbeit. Also es ist nicht so, dass da einer hier Däumchen dreht oder so. Das haben wir dann gesehen, wie wir weiter vorgefahren sind. Aber was ist denn hier los? Wieso geht es nicht weiter? Oder warum geht es so langsam weiter? Also die machen alle ihre Arbeit. Ist halt so, dass sie noch Grenzen, Landesgrenzen haben. Ja, das liegt einfach an der Saison. Das haben uns auch alle gesagt. Das liegt daran, dass eben in den Sommerferien alle, gerade in den Ländern, Serbien, Kroatien, fahren alle mit dem Auto in den Urlaub. Die fliegen nicht viel. Warum auch? Die haben ja alle schönen Länder um sich herum und können da Urlaub machen. Deswegen ist da natürlich ein erhöhtes Autoaufkommen in den Ferienzeiten. Ansonsten hat man das eigentlich auch nicht. Genau. So, das war jetzt unser Griechenland mit ein bisschen hier Gyni und Kastenwagen-Laber-Video, sag ich jetzt mal. Haben wir alles ein bisschen so umrissen. Schaut euch, wie gesagt, unsere vorangegangenen Videos an. Da seht ihr alles, was wir so gemacht haben in Griechenland. Und abonniert gerne diesen Kanal auf YouTube, gerne aber auch auf Instagram, camper.freaks. Da findet ihr uns auf Instagram. Da sind wir uns auch sehr drüber freuen. Da sind wir immer tagesaktuell, wenn wir unterwegs sind hier mit Gyni oder wenn es irgendwelche anderen Highlights gibt, die so ein bisschen Zusammenhänge mit Camping haben oder auch nicht. Manchmal auch Privatkram. Also da sind wir jetzt so ein bisschen übergeordnet unterwegs. Aber immer noch sehr campingaffin. Definitiv. Ja, gehört zu unserem Leben dazu. Wollen wir auch nicht wieder raus haben. Und ja, Sonntag geht es schon wieder zur nächsten kleinen Fahrt und dazu dann irgendwann mal mehr. Genau. Werdet ihr dann zum späteren Zeitpunkt sehen. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, die hat jetzt aufgenommen. Bitte, bitte, bitte. Ja, Gott sei Dank. Ich hoffe, die hat jetzt aufgenommen.